Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Minecraft, der Attack of the B-Team. Und ja, ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass in den letzten zwei Tagen sehr wenig Videos gekommen sind. Das geht natürlich ab Sonntag wieder normal weiter. Ich hatte viel zu tun. So und so. Und ja, das geht jetzt auf jeden Fall wieder vernünftig weiter. ATS geht am Sonntag weiter. Alles geht weiter, alles geht weiter. Ja, ich hatte viel zu tun. Dann am nächsten Tag hatte ich Kopfschmerzen. Da hatte ich keine Lust zum Aufnehmen. Ich hatte wirklich starke Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was los war. Und ich hatte einfach keine Videos mehr. Aber das ist jetzt vorbei. Deswegen nehmen wir auch heute früh eine Hexit-Folge schnell noch auf. Und auch gerade frisch aus dem Livestream von Tino. Also Freitag. Und ja, jetzt nehme ich erstmal eins für morgen noch auf hier. Das Minecraft-Team, also Minecraft-Spiel. Und dann nehme ich, ähm... Morgen die restlichen Folgen halt auf. Das wird ein Hard Attack. So. Bauen wir das hier noch schnell ab. Damit wir endlich hier mal die Wasserhöhle für mein Wasser-Dino fertig kriegen. So. Das müssen wir auch noch schön wegkriegen hier. Minecraft. Oh! Wieso ist... Habe ich das in der letzten Folge gemacht? Weiß gar nicht mehr. Wolle ich da irgendwas raus haben? Könnte sein, ne? Könnte auch nicht sein. Wer weiß. Oh, komm. So. Ist wieder irgendwo Öl. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Weich. So. Hier. Was zumachen. Zack. Oh. Damit das hier mal wieder ein bisschen vernünftig aussieht. So. Das weg. Das weg. Dann wird das hier noch alles wegmachen. Und dann haben wir es ja auch schon fast, ne? Dann müssen wir uns mal um ein Design für den Boden kümmern. Und dann brauchen wir Glas. Genau. Wir machen das jetzt hier erst nochmal weg. So. Und jetzt gehen wir mal... Wir müssen jetzt erstmal hoch. Und jetzt geben wir uns erstmal ne... Schöne... Ne. Ich muss erst noch ins Lager. So. Ne. Ups. So. Ich brauche ne Schippe. Jemand hacke. Da. Nehmen wir mal mit. Ich glaube ne Diamant... Müsste erstmal... Ach ne. Warte. Ach ne. So. Ich glaube eine Diamantschippe müsste erstmal reichen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. So. Da haben wir die Schippe. Ich muss auch nochmal ein Lager nehmen. Das. Minium. Alles da rein. Damit ich auch Platz habe, ne. Ach so. Ist voll. Komm. Schauen wir mal was ab. Transportieren bitte. Das ist die falsche. Oh man. So. Hier muss dann rein. Hier passt auch natürlich mehr rein. So. Haben wir das hier. Das, 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 das. Das noch da rein. Das Ei noch da rein. Und das war's. Jetzt gehen wir in die Wüste. Und dann brauchen wir erstmal ein bisschen Sand. Und aus dem Sand machen wir dann erstmal schönen... Glas. Schönes Glas. Weil das Glas brauchen wir nämlich. Auf jeden Fall. One-Shot, Junge. Vorne haben wir Sand. Brauche ich Gott sei Dank nicht so weit gehen. Ich glaube aber, wir brauchen ziemlich viel Sand. Für unser Dinosaurier-Gedöns. Und dann werden wir jetzt erstmal alles abholzen. Wir brauchen ziemlich viel, das weiß ich. Also, das, was ich vorhabe, auf jeden Fall. Weil der ganze Raum soll auf jeden Fall Glas werden. Das heißt, Decke, alles, Glas. Und dann muss ich das mit Wasser auffüllen. Und dann... ...kommt da ja auch schon bald... ...unser Dino-Ei rein. Hey, hey, hey. Los ab da. Das Weg. So. Oh nein, Creeper. Hahaha. Wie Sand bräuchte ich denn da? Ich brauche auf jeden Fall die dicken Klötzchen. Dann... ...muss ich mal gucken. Ich brauche ja auch... So. Man muss halt ja auch noch alles so ein bisschen vernünftig schön aussehen, ne? Ja. Also brauchen wir ganz schön viel Sand. Wenn wir auf jeden Fall alles mal mitnehmen. Wuhuuu. So. Zack. Und zack. So. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Stacks zusammen. Das alles mitnehmen. Wuhuuu. So viel Sand ist doch wunderschön. Wir brauchen viel mehr Sand. Für unsere Dinosaurierland. Und dann schauen wir mal weiter, was wir alles noch so machen. Wir werden, glaube ich mal, wenn wir das Gehege fertig haben, erstmal die Dinosaurier ein bisschen hinten anstellen. Und dann werden wir mal was anderes tolles machen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht mal meinen Drachen zähmen. Ich weiß ja nicht, wie weit der Scream da ist mit, ähm, mit unserer Drachenhütte, unsere Drachen reinkommen. So. Gucken wir mal, wie viel haben wir. Gehen wir noch ein bisschen mit. So. Das noch weg. Das. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge. So. Muss erstmal reichen, hoffe ich. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass wir auch ein paar, ähm, Hier, was nehme ich noch mit? Jetzt will ich auch auf jeden Fall hoffen, dass wir ein paar, äh, Öfen haben, um die, äh, zu brennen. Ansonsten, weiß ich nicht, wo Scream vorhat, das hinzubauen. Müssen wir gleich auf jeden Fall mal schauen. So, Platz hier. Vielleicht haben wir ja hier eine Hütte, irgendeinen Ofen. Haben wir natürlich nicht. Ich hab aber... Habt ihr auf jeden Fall unten reingetan. Hier. Und dann schauen wir mal eben, was wir so haben. Werfer. Hm. Wo haben wir die Öfen? Die hab ich doch hier reingetan. Mit Sicherheit. Die würde ich ja nicht wegschmeißen. Das... Das weiß ich halt. So, ein. Und dann... Dann nehmen wir mal ein paar Cobblestone mit. Und zwar... Ähm... 64. Ofen. Und das. Und dann... Und dann... Stelle ich die jetzt einfach mal hier hin. Ich hab ja gar nichts. Ich hab ja gar nichts. Ich brauch Kohle. Dann nehmen wir mal noch 100 Stück. Ach, Entschuldigung. Kohle... 0, 0 und Submit. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ne... Wir haben ja hier noch genug Glas. Ich brauch aber auf jeden Fall ne Werkbank. Eine Workbench. Workbench. Wo haben wir ne Workbench? Nein. Auf jeden Fall brauch ich nur einen. So. Dankeschön. Mitkommen. Wo bleibt die Workbench? Komm schon. So. Gehen wir nach oben. Dann setzen wir die Workbench mal eben. Hier so neben. Ja, warte mal. So. 64. Und... 15 müsste locker reichen. Machen wir noch ein paar Öfen. Damit das auch schneller geht. So. Müsste reichen. Sechs Stück. So viel Dinger hab ich gar nicht. So. Hier noch. Noch mal 15 hier rein. Zack. Hier noch. 4. Oh. Das war ein bisschen viel. Und das hier rein. Da ist Donner draußen. So. Und... So. Jetzt kann das schon mal brennen. Wenn wir... noch mal eben hier hingehen. Und dann kann ich... eigentlich... brauchen wir den Boden. Mit dem Boden hier noch. So. zack. Die Wand muss... wird ja auch anders. Zack. Das muss auch weg. Ne, das muss nicht weg. Nur das muss weg. Dann das hier. Ich hab doch ne Schippe. So. Dann haben wir das hier auch schon mal. Dann können wir hier nämlich auch gleich nachher die weißen Kleine dahin setzen. Ähm... Muss ich ehrlich gesagt erst mal was gucken, weil... Ach ne. Sind ja nur zwei dick. Wir müssten mal... gucken, weil das ist ja auch ein Hintergrund. Okay, aber der wird ja auch nur blau sein, ne. Was hält man denn hier von... so ein Lapazit-Block. In... dem Style hier. Geht nicht. Geht nicht. Warum wird mir... Ach so, jetzt. Ich hoffe, wir nehmen den einfach, ne. Also, Lapazit einfach nur so. Und dann kriegen wir den Block da raus. Den sollten wir uns doch vielleicht doch auch nochmal holen. Das ist dieses Lager, ey. Man müsste vielleicht nochmal einen kompletten Weg ins Lager finden. Teleportieren können. Ne, dann muss ich hier drauf. Äh... Oh, guck mal hier. Den nehmen wir auf jeden Fall. All. Aber wir haben bestimmt auch noch so ein Lapazit hier rum. Fug mal da. Warte mit. So. Wollen wir das auf jeden Fall alles... Das nehmen wir uns jetzt mit. Und dann... oben... in die Workbench. Ja. Wuhu. Davon brauchen wir jetzt erstmal ein paar. Aber Gott sei Dank ist dieses Lapazit ja auch schnell zu erreichen. So. So. Zuck. Weitere 10 Blöcke, 12 Blöcke, 13 Blöcke, 14 Blöcke und das was. 14 da. Okay. das auch noch lassen wir das erstmal so haben wir ja auch erstmal 64 stück gehen wir noch mal nach unten in meinen dingen rein hier also die wand geht weg dann heißt das warte und ja noch weg so das ist die zweite wand und die so die hatte ich jetzt vor blau zu machen so und dann soll davor das glas besser und dann das wasser da rein dann sieht das richtig schön blau aus hoffe ich so will ich das machen wir sind schon am ende unserer folge leute wenn es euch gefahren hat lasst ein like da schaut auf jeden fall bei den anderen projekten vorbei bei ats bei landwirtschaftssimulator bei warhammer und auch bald bei the division ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt lassen like da wir sehen uns zur nächsten folge haut rein leute tschüss